Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von GTA 5. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Map für euch am Start. Too Fast, Too Furious, nicht sondern Airborne. Das kann ja nur geil werden. Klingt schon geil. Und Toronto ist auch am Start, ne Major? Hä? Ja, kennt ihr ja Toronto, ne? Von Too Fast and Furious. Ach guck mal Curry, du hast vergessen die Dings auszustellen. Was hab ich? Nicht die eigenen Fahrzeuge nehmen, oder? Machen wir alle den... Ne, ne, ne. Machen wir alle das selber Auto. Machen wir alle den... Den Zentorno. Geberst du in vorne und schon wieder... Nee, gestern. Jassy. Alter, was das denn, jo? Rennen oder normal? Normal. Normal, normal, normal. Geball durch, ball durch, ball durch. Okay. Wir sind gestern normal. Okay, ich wette natürlich wieder 10.000 mich selber. Wie bestätigt man das denn, die Wette? Ach so. Der ist selbstbewusst, der gute Mann. PN Mafuyu Mann, der Pimp. So Jungs, auf geht's! Okay. Haltet euch fest! Okay, das ist jetzt ein ganz normales Hinderrennen. Hinderrennen, wie das? Hinderrennen, ey. Ein Hinderrennen, ey. Ich weiß es nicht. Das ist ein ganz normales Rinderhennen. Da steht... With big jumps Cheater. Stand da in der Beschreibung. Ne, ich fahr mit Tastatur. Der Brotze. Hier, los geht's. Ey, Lennowiner. Ja, ich super starte. Da kann ich nur schnell sein. Jo, da kommt die erste Rampe, Jungs. Nein, 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 nein. Da kommt die erste Rampe. Halt ihr euch fest. Biss dich, Brotze. Geil. Wuuuuh. Boah, Alter. Wer will mich da pollen? Brotze. Tschüss, Brotze. Ey, Lennow! Bist du n für n Assi? Ey, 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 ey. Curry, Alter. Du Penner. Oh, Container. Ohohohoho. Ey, geil, Alter. Ey, warum hat der Rennen? Guck mal, jeder hat normal genommen. Ey, ich hab grad Rennen genommen. Ja. Rennen ist doch falsch. Ey, ich, ich mein, ich hab normal genommen eigentlich. Ja, Witz. Warum hast du dann normal? Äh, Rennen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bist du real? Aber dein Wagen ist doch jetzt schneller oder nicht, Curry? Ja. Der hat ne schnellere Beschleidigung. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, Curry, wieder am Schummel. Ja, dann fahren wir halt gleich nochmal, ey. Super, Curry. Tschüss, Lennow. Ohohoho. Ohoho. Major ist auch da. Alter, der kickt mich rüber. Nice. Oh, nice. Was war das denn, Major? Dann ist das jetzt erst ne Testrunde. Nein, ich glaub der, der Dings ist, ich glaub das ist nur die Lackierung, Curry. Nee, nee. Jester ist mega schnell. Ja, ja. Aber Rennlackierung. Alter, ab über die Brücke. Renn ist nochmal schneller. Ab über die Brücke. Juuu. Oh ne. Was ist das denn? Was macht denn der? Was ist das denn? Ich bin erster. Ohohoho. Bronzo verliert vollkommen die Vollkontrolle, ey. Und man muss hier rüber, okay? Alter, ich land genau auf der Mitte, ey. Aber auf die andere Seite. Ja, ich auch. Ey, ich stecke es geil. Oho. 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 Major. Hä, du siehst mich von 200 Metern fest in mich rein. Ja, ich kann ja nicht. Ich bin ja da hingeflogen, weißt du? Achso. Okay, dann ist ein Rennen zwischen uns, Mann. Jo, Mann. Wäre ich noch weiter geflogen? Komm her Türke. Okay. Das war gut. Duke. Currywurst vor mir. Nein, Mann. Kann es noch schaffen. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Rampe am Schluss? Alter. Boah, was ist das denn, Alter? Was muss ich noch machen? Keine Ahnung, Mann. Boah, ab über die Autobahn. Ey, wie geil. Super. Hahaha. Echt? Keine Ahnung. Nein, du. Voll verkackt. Der Bronzer ist für dir einfach die ganze Zeit. Danke für dein Geld, Dennis, ne? Leck mich am Arsch. Oh nein. Oh doch. Boah, Major, Alter. Ist das auch da? Boah, boah. Keine Ahnung. Was ist geht denn jetzt? Wie kann man nochmal respawn? Ey, die Strecke ist mega geil, mal ohne Scheiß. Ja, ja, finde ich auch. Nein. F gedrückt halten, Bronzer. Ja. 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 Die verkackst die Rampe, hast du Pech. Dann bist du raus. Ja. Egal, ich bin wenigstens nicht letzter. Oh, 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 oh. Hulle, ich war erster. Nein, ich hab mich gedreht. Okay, das war's. Warte, was sitzt denn? Boah, Alter, Major. Boah. Alter, was ist das für ein Rennmittel? Rüber da! Nein! Nein! Ich bin im Wasser gerettet! Major! Oha! Major! Ich auch. Major! Schöne, Mann, wie geht's dir? Lass mal tauchen. Ich glaube, wir kommen nie wieder hin. Alter, wie krass ist das denn? Doch, Mann, ich bin doch drüber. Boah. Oh nein, ich krieg's nicht hin. Doch, ich hab's doch gekriegt. Über den Fluss war aber geil. Über den Fluss. Ja, Alter, die Strecke ist mega gut gebaut. Fuck. Oh, oh. F gedrückt halten. Alexa, bruh! Was soll ich dahinter das Rennen? Natürlich. Nice! Boah! Boah! Wir müssen gleich mal... Ne, mit Ego-Sicht ist scheiße. Boah, bei der Rampe. Der kotzt der. Daneben gesprungen. Boah, die Rampe ist gemein, ne? Die Rampe ist richtig gemein. Mit dem Wasser? Ja. Hi Bronze. Curry, warte mal ein bisschen auf mich. Was ist das denn für ne Rampe da? Curry, ey. Ja, Mann. Alter. Protzen... Fenix. Ah, da. Nein! Oh, ich bin genau auf die Kante. Oh, 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 oh. Scheiße. Alter! Ich hab den Checkpoint aber noch mitgenommen. Ich hab den Checkpoint aber noch mitgenommen. Echt? Boah, gut. Ja. Ah, toll. Jetzt bin ich jeweils Wasser gefallen. Wie der abbremst. Wie der cheaten wollte. Was macht ihr da? Der wollte cheaten, Alter! Nee, ich wollte dich abbremsen. Ja, komm. Ich wollte mit dir auf die anderen warten. Hä, wo muss ich hin? Ja, mitten auf der... Ihr müsst auf die Brücke, Alter! Ja, geil! Ihr müsst auf die Brücke! Danke, Curry! Danke, Curry! Was für ein Danke, Curry, Mann! Wie die sich da abschießen, ey! Ey, wie sollen wir denn auf die Brücke, Alter? Mit der Rampe! Alter, das wird noch kranker, ne? Ich so fuhr! Gerade so geschafft! Ey, die Strecke ist der Hammer ohne Wiss. Richtig geil, Mann! Das gleich mal nochmal, okay? Alter, was? Jetzt bin ich am Arsch! Ich komme nicht raus! Das mach ich nicht! Oh, da vorne ist Lindo, Mann! Ich kann ihn noch aufholen! Hey, was denn jetzt los? Was muss ich jetzt machen? Alter, nein! Kannst du ihn aufholen? Was denn? Sag nicht wie dein Looping am Schluss! Wow! Aber da musst du richtig... Ich bin in dem Becken gelandet! Du auch, Curry? Jetzt! Lass doch mal den Dampf an, ey! Lass doch mal den Team bilden! Ey, jetzt fahren wir nochmal das Rennen, Mann! Lass mal den Team bilden! In der ersten besten Gelingenheit schießt er dich ab, ey! Curry, lass! Fahr gleich richtig schnell! Ja, das macht mega Laune! Glaub mir! Oh, nee! Kurz vorm Ziel! Oh, komm, komm, komm! Ich muss den Lendo einholen! Fahr doch noch rein! Fahr, du Flitchen! Komm, jetzt auf keinen Fall mehr bremsen! Auf keinen Fall... Mixer! Auf keinen Fall mehr bremsen! Stirb doch! Ja, ja! Stirb doch! Nein! Ja, komm, nein! Oh! Krass, das wär kackt, ja! Oh, Juni, ich bin aufgestanden! Wer ist denn zweiter, Lendo? Wer ist denn zweiter? Alter, ich weiß es nicht, aber ich bin aufgestanden! Du bist zweiter! Ja, du sagst mir viel! Der Mensch... Dennis ist zweiter! Scheiße, Lendo, ne? Alter, wie krass knapp war das denn jetzt? Alter, das war ein Mega-Block-Buster-Style! Hä, wo ist denn der Bronze? Hä, Bronze, was machst du denn? Wer ist denn hinten, Mann? Bronze hat den Sprung mit ersten Anlauf geschafft, aber die erste Markierung noch nicht... Ach du! Scheiße! Loll! Noch mal! Zweiter, Mann! Zweiter! Ja, noch mal! Ich will ohne Legs fahren! Hallo, hallo! An alle Loser! By Turn! Wir haben alle gewonnen! Bronze hat gewonnen! Ja, ich auch! 2.000 Dollar! Hallo, die Loser bitte! Schnauze! Alter, was hast du denn für ein Gesicht? Hä? Mensch, das sieht aus wie K1, Alter! Habt ihr das noch nie gesehen? K-Mage, Alter! K-1! Also, gute Wiederholung! Wiederholung! Einmal wiederholung! Oh, was? Wie, wie, nicht noch mal! Alle, die nicht noch mal spielen wollen, Lano, ey, wir kicken nicht! Ich dachte, es kommen jetzt noch geilere Maps, Alter! Ey, das beste Map überhaupt! Ey, geht doch! Echt cool! Aber jetzt ein anderes Auto oder so wär cool! Okay, Wiederholung! Wiederholung! Ab geht's, Jungs! Ja, wir nehmen jetzt mal ein anderes Auto! Geht das mit Motorrädern, Alter? Ab geht's! Ab geht's! Ja, das wär geil! Das kann's klingen! Okay, mit einer Sonder-Challenge! Was denn? Der Verlierer muss singen! Bronzo lieb schon mal einen Text! Haben wir auch ein Lied, was vorgeschrieben ist? Keine Sonder-Challenge heute? Doch, Bronzo! Guck mal, das ist doch super! Da muss sich Bronzo umso mehr anstrengen! Ja, aber ich verliere ja eh immer bei Rennen! Kannst du mal ein Rennen machen? Das war dasselbe Phänomen! Nach einer Sekunde bin ich raus! Sportwagen oder Supersportwagen? Ich war auch vier, fünfmal draußen, bin aber wieder reingekommen! Okay, let's go! Okay, Jungs! Haltet euch fest! Ab geht's! Der Verlierer muss singen! Derjenige, der sich weigert, dislikes! Okay, eigene Fahrzeuge aus! Ja, ich hab schon gestartet! Und aufholen und Windschatten aus! Ich hab schon gestartet! Wir nehmen alle wieder den gleichen Wagen! Alle den gleichen Wagen! Wer nehmen wir denn? Welchen denn jetzt? Lass mal den... Den... Den Dings hier, wie heißt das? Centorno! Centorno! Den gibt's doch gar nicht! Doch, doch! Den Centi, den gibt es! Den Centi! Aber nicht getunehmen! Nee, hab ich gar nicht! Nee, ganz normal! Ich hab den sowieso nicht! Ich hätte nochmal 10.000 auf mich! Ich muss mir selber Druck... 10.000? Der Typ, ey! Der ist unglaublich! Centorno! Hört er mich? Aber bei mir ist es auch so scheiß Performance gerade! ich hab' den Centorno! Na, ne? Geil, das liegt, Alter! Gitt! Der J-Co! Schön, wo du sag' den... J-Co! So, Jungs, halt euch fest! Ab geht's wieder! Du fahrst zu Airborne, Mann! Nur mit Tastatur, Curry, ne? Ich fahre die alle gleichberechtigung. Okay. Er hat getuned genommen. Scheiß drauf. Tag mal. Er hat einen Adder. Der Zentorno sieht aber auch geil aus, ne? Ja. Aber schade, dass ich nicht den neuen Wagen nehmen kann. Das ist mir schon too much, Zentorno. Alter! Ey, ernsthaft, du drehst mich, Curry? Hey, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin gerade ausgefahren. Ja, Major kickt mich raus. Danke, Major. Hey, du. Du hast mich weggekickt. Das war das gar nicht, Alter. Bitte, bitte nicht rüberfachen. Ich habe nichts gemacht. Oh, hallo, Dennis. Junge, ich wurde selber weggekickt. Er muss alle gegenseitig weg. Guck, du wolltest eine Parship.de machen, oder was? Weißt du, hier das Rennen auch so voll easy peasy. Gleich vor die Hölle, ey. Alter, Major. Nein! Wer ist auf den zweiten? Nein! Alter, was macht meiner denn? Ja, ich bin raus. Vor allem sind die Zitane noch zu schnell, Alter. Das ist nicht so Curry. Du kannst locker noch aufruhen. Guck mal, wir überlegen mal, was das für ein Rennen ist. Ja, stimmt eigentlich. Das ist auch saulang. Das kannst du locker noch machen. Das ist immer lang. Lang ist immer gut. Was? Lendo, was soll denn der Scheiß? Kannst du doch nicht einfach bringen jetzt hier. Voll aufgebaut, oder? Tschüss! Weg da! Auf den Weg! Jui, stepp der Bär! Ich stepp der Bär! Mit dem Major los, hier inside. Letztens bin ich Auto gefahren. Alter! Ich hab die Curry weggebrohrt. Nein! Juhuuu! Da hab ich dem Anlauf gegeben und mich dabei weggebrohrt. Danke, Lendo. Alter, was war das denn für ein Megastun? Von mir? Nee, von mir. Oh, scheiße. Wir haben fast auf die andere Brücke gekommen, Alter. Ich bin gegen die Brücke gefahren. Werden die oben, du Schildkröten? Ach, kacke. Oh, nee. Ich muss gar nicht respawnen. Denn das ist hinter mir so ein Lusche, ey. Jekon! Oh, Bronze. Irgendwann ist es nicht richtig, ey. Bronze wieder hinten, oder was? Ja, ganz, weil ich hab total verkackt. Ey, was machst du denn immer, Bronze? Er hat doch gesagt, Major hat mich rausgekriegt. Ja, ist klar, ey. Major ist schuld. Ey, ja, ich bin jetzt entschuldig, ja. Ich weiß, der Typ schiebt seine Noob-Aufsigkeit auf Major. Major, Alter, wie sind wir mich drüber gejumpt? Boah, wie ist er da hinten fliegen, Mann. Hallo. Ich bin... Hallo, Lendo. Und los geht's. Oh, fuck, ich bin zu weit geflogen. Ja, ich auch. Ich will nicht sehen und den Punkt über die Brücke fliegen. Jetzt reden wir mal zurücksetzen. Boah, was war das denn? Ja, ich... Ich? Ich hab mich verarschrocken, ey. Ey, Bronze ist da, Mann. Bronze springt daneben. Okay, ab geht's. Joli, lass mal zusammenfahren. Hallo, Alter, ich bin vor euch, ihr Fisser. Geh da weg, Lendo, Mann. Das Problem ist... Lady, yo, gaga. Das Problem ist der Bronze, Mann. Oh nein, komm mal. Hallo, Bronzi. Hallo. Hinter dir. Ich bin auf dem vierten. Oh nein, ich bin über den Checkpoint geflogen. Fuck. Noch, Bronze, noch bis auf den vierten. Ey, ne, Major. Oh, Curly. Ne, willst du mich verarschen? Ich war vor dir. Ich war vor dir gespawnt. Ich hatte Vorrang. Ich hatte Vorrang. Was von hinten vor... Bronze, was ist das denn jetzt? Ja, wo flieg ich denn jetzt schon wieder hin? Ist doch ne. Alter, wir alle fliegen. Nein, wir fliegen alle daneben. Ja, ich hab den Checkpoint. Du weiits. Geiße. Komm, respawn, Mann. Ja, ich hab auch... Spawn doch im Mix, ey. Dennis Spawn in mir, ey. Hopp Mater, Hopp Mater. Nein, ey, Curly, das ist... Okay, ich warte, hier, komm. Nein, ich hab doch... Du kriegst noch mal mit einem Bronzer-Spawn, ne? Das darfst du machen, aber ist dreckig halt. Ich hab's geschafft, Alter, danke. Ne, 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 du Assi. Du bist so ein Moraler-Protz. Doppel-Moral hier, du... Ah, ich bin durch die Doppel-Protz. Das ist Karma, weißt du? Das ist Schnauze, weil ich zieh dir die Zähne alleine. Oh, die Zange waren die Flipp aus. Scheiße, Mann. Ich bin zu weit gesprungen. Irgendwie geil ist das denn? Ey, ohne Scheiße, ich bin an dem Punkt vorbeigesprungen, Mann. Wie geil ist das denn? Keiter hier grad voll, Mann. Oh, we here is. Wir fahren wie Blows, komm, Bro. Was? Nein. Nix da. Ey, das gibt's nicht. Ich krieg den Checkpoint nicht. Let us on the flow. Jörg, diesen Checkpoint da, wo du in diesen Ding springen musst, dann hast du bestimmt Ego-Perspektive gemacht, oder? Mann, jetzt kommt der beschissenste Sprung. Ich hasse den, den hab ich nicht hingekriegt, deswegen bin ich verkackt, ey. Ey, wir weg, lass mich mal machen, ne? Komm, komm. Ja, ja. Boah, perfekt, Mann. Mensch, Alter! Oh, nein, 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 halt mich auf! Njauu! Yes! Red dich doch um, du Karre! Lennu, ich bin direkt hinter dir, Alter! Jetzt kommt der schlimme, jetzt kommt der schlimme Jump Brothers, ey, wie hast ich. Obwohl, mit der Karre ist das kein Problem, dann bist du schnell genug. Jetzt komm, vielleicht schaffe ich noch was. Aber das Rennen ist echt ganz schön krass, ey. Das ist so geil, das macht so Bock rauskommen, weißt du. Ja, Dennis, viel Spaß beim Singen, Dennis, ne? Ja, Mann. Oh, Alter, du Alter, scheiße, man. Ey, so geil. Der ist perfekt, man. Aber der Cole ist noch nicht frittiert, Major. Doch, 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 frittiert, man. Ich hab nachgeguckt. Ich komme, ich greife nochmal an, man. Diesmal komme ich ins Ziel, man. Diesmal komme ich ins Ziel. Was, ihr seid schon beim Ziel? Nein, aber... Hallo, dreh die Schilds, bitte. Polier den Panzer. Papa, Papa, komm, in der Major soll es nichts poppen. Wie viel Platz bist du, Major? Fünfter. Sechster. Boah, wat für'n Sprung, Alter. Wat für'n Sprung. Hast du das gesehen, Lennon, wie ich an dir vorbeigejumped bin? Das Glück war der nicht. Ja, klar, an der Lande kannst du noch arbeiten. Yo! Ach, scheiße. Warum hat der Jaco jetzt gewartet, hä? Hat der das extra gemacht? Okay, Jaco, der glaube ich eigentlich, äh... Äh, der wäre erster geworden. Ich weiß nicht, was er... Nein! Der Bronzer, ey. Das ist echt sehr... Nein! Äh, was war das denn? Was war das denn? Da war doch gar nix. Aber jetzt gucke ich dem Dennis zu. Hallo, Dennis. Ey, das ist so behindert gewesen gerade, ne? Ich hatte so viel Sprung, dann bin ich gegen dieses scheiß Brückenpfeiler gesprungen. Auf ein neues, dann nimmt er den Anlauf. Jetzt muss er einstärken. Und dann fährt er über die Rampe und dann... Geil, das Ziel, Mann. Ich hab mir herzlich ja geschafft. Ich hab das... Ich hab das nicht verstanden. Ja, Leute, jetzt werden wir sehen, ob Dennis die Challenge einhält. Alle meine Engeln schwimmen auf dem See. Du musst was anderes. Schwimmen auf dem See. Ich hab das noch nie. Stimmt, was er bloßen soll. Schwänzchen in die Höhe. Sing irgendwas an. Ja, was soll er denn so? Okay. Ähm. Atemlos. Atemlos durch die Nacht. Weiter. Bis der Morgen wieder erwacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Traurig, Melchior, dass du einen Text kannst, ne? Atemlos. Weiß ich nicht. Gut, ich hab gesungen. Also bis in die Episode. Tschüss. Wendelfrei. Mal gucken, was wir da wieder für einen Job haben. Mann, ey, das ist alles crazy. Wir sind alle prei. Melchior kennt den Text von Dingens. Und sie sucht Pimmel. Keinerlei. Dennis hat Minus ins Haus. Achso. Ciao. War's das? Achso. Tschüss. Ciao.